Komm schon, komm schon, rein mit ihr! Sie sollen loslassen! Rein, rein, schlampe! Aua! Ich würde das keinesfalls tun, wenn ich sie wäre. Oh! Rütt, komm schon, komm schon! Ich mach dich kalt! Alles okay, alles okay, du bist der Boss, okay? Aua! Oh, shit! Aua! 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 Ist alles in Ordnung, Miss? Ich, ich weiß nicht. Ich, ich glaube schon. Ich hatte solche Angst. Was ist mit Ihnen? Alles okay? Sie konnten mir nichts antun. Oh, Ihre Sachen. Oh, Ihre Sachen. Lassen Sie nur. Das geht schon. Es scheint mir, als würde dann keine Gefahr mehr bestehen. Ja. Sind Sie sicher, dass alles in Ordnung ist? Ja, wirklich. Ich bin nur noch ein bisschen durcheinander. Was sollte das alles? Ich verstehe das nicht. So was gibt's doch gar nicht. Aber Sie waren wirklich großartig. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll. Haben Sie gesehen, wo er hin ist? Ja, er ist, äh, keine Ahnung. Steigen Sie nur ein, oder was? Kommen Sie. Kommen Sie. Soll ich hier ein Blumenbeet pflanzen, oder was? Kommen Sie.